Dashboard. Um ein neues Release zu veröffentlichen, klicke auf den Fire-Dashboard oben links auf den Button Neue Veröffentlichung. Der Veröffentlichungsprozess besteht aus sechs Schritten, die dir oben angezeigt werden. Es ist auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmals möglich, zwischen den Schritten hin- und herzuspringen. Felder, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, müssen zwingend ausgefüllt werden. Weiterführende Infos zu den einzelnen Angaben erhältst du über die blauen Info-Icons. Beim Erstellen einer neuen Veröffentlichung musst du prinzipiell zwischen Release-Ebene und der Track-Ebene unterscheiden. Auf Release-Ebene werden die Daten deines Produktes, sprich deines Albums, deiner EP, Maxi oder Compilation festgelegt. Auf Track-Ebene lädst du die einzelnen Songs hoch und trägst deren Daten ein. Step 2. Formatauswahl Anschließend kannst du Musik als Format für deine neue Veröffentlichung auswählen oder an einem bereits bestehenden Entwurf weiterarbeiten. Step 3. Release-Daten Auf Release-Ebene kannst du dir nun zunächst einen EAN-Code von Fire zuweisen lassen, sofern du nicht selbst über diesen verfügst. Wähle dann die Sprache deiner Metadaten aus und gib den Titel deiner Veröffentlichung an. Jede Veröffentlichung benötigt ein zugeordnetes Label. Solltest du noch über kein angelegtes Label verfügen, kannst du ein solches ganz einfach erstellen. Wähle das Veröffentlichungsdatum aus sowie die Preisempfehlung für die Stores. Den Musikstil deines Release kannst du über das Genre-Dropdown-Menü selektieren. Der Interpret wird im Performer-Feld eingetragen. Natürlich kannst du auch mehrere Performer anlegen und auswählen. Für Compilations trage bitte immer Various Artists als Performer ein. Step 4. Track-Upload Im nächsten Schritt kannst du deine Songs hochladen. Ziehe dazu einen oder mehrere Tracks einfach aus dem Ordner deiner Festplatte auf das vorgesehene Ablagefeld. Der Upload startet automatisch und es öffnet sich ein Formular für die Eingabe der Track-Daten. Gib deinen ISRC-Code ein oder lasse ihn dir von FIRE zuweisen. Anschließend gib den Track-Titel ein und wähle die Sprache deiner Metadaten, also jene Sprache, in welcher dein Titel geschrieben wurde, sowie die Audiosprache, jene Sprache, in welcher auf dem Song gesungen wird. Die Zuordnung von Label und Genre funktioniert gleich wie auf Release-Ebene. Selbiges gilt für das Hinzufügen von Performern und Mitwirkenden. Möchtest du beispielsweise einen Featuring-Artist hinzufügen, kannst du dies über das Dropdown-Menü Weitere Mitwirkende tun. Für Komponisten und Texter gib bitte die bürgerlichen Namen der Personen an oder jene Pseudonyme, die offiziell bei einer Verwertungsgesellschaft hinterlegt sind. Für Komponisten und Texter gib bitte die Komponisten. Fügst du einen weiteren Song hinzu, öffnet sich ein neuer Tab dafür, in welchem du nun wieder die Track-Daten eingeben kannst. Step 5 Cover- und Track-Reihenfolge Lade zunächst dein Cover-Artwork mit den angegebenen Spezifikationen hoch. Deine zuvor hochgeladenen Songs erscheinen nun in der Track-Liste des Release auf der linken Seite. Du kannst die Reihenfolge der Tracks ganz einfach per Drag & Drop ändern. Step 6 Veröffentlichen Im letzten Schritt kontrolliere nochmals deine Daten. Gegebenenfalls kannst du einzelne Shops oder Länder noch von der Veröffentlichung ausschließen. Nach Akzeptanz der Lizenzvereinbarung kannst du das Formular abschließen und dein Release ist bereit für die Veröffentlichung. Gegebenenfalls kannst du einzelne Shops oder Länder noch von der Veröffentlichung ausschließen. Untertitelung des ZDF, 2020